So, hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Lufia, Rise of the Sinistrals! Wilke möchte einen Draht, den wir nicht da haben. Und ein Marshmallow! Marshmallow! Beziehungsweise ein Lava-Cloth! Toll, das ging daneben! So. Schon wieder! Ich mach dich alle, ich mach dich alle, ich mach dich alle! Schüder 2! Ich hab vergessen, mich irgendwie zu heilen, mich aufzuboosten, irgendwas zu machen. Blinzler, aber weg damit! Ich brauch einen Heilkuss! Ja, toll! Wieder so eklig, Selan, bitte nicht! Hau rein, die Kacke! Hau mit der Kacke rein! Jetzt, Leute! Jetzt, Leute! Kommt! Bitte! Ja! Sehr gut! Selan muss geheilt werden! Selan muss geheilt werden! Stark, weg! Stark, weg! Zack, weg, weg! Gut! Raus hier! Gucken! Kapsel! Federrüstung! Nicht da! Nix! Tschüss! Nächste Stufe! Nächste Stufe! Und was ist da... Oh, eine blaue Schlange! Haha! Koritras! Sehen sehr schön aus, finde ich! Okay, 158! Okay, wie viel halten die aus? Ja, es geht! Lederrüstung! Okay, okay, passt, passt, passt! Seelen können wir wieder ihre ZP verbrauchen! Holzschild! Hallo, ist hier jemand? Oh, ein Berni! Meine Schürze! Was will ich mit so einem Dreck? Jetzt will ich mal sehen, das ist total, total nützlos, wetten! Boah! Schlecht, wie schlecht! So, machen wir erstmal Berni platt! Weh, ist ein toter Berni! Jetzt mit so einem Feuerdolch! Bäm, weg! Das wäre klasse! Die schauen wie so Opas mit so... Das ist Super Mario! Der hat so ein Bart! Das ist kein offener Mund, das ist ein Bart! Die Mario Brothers! Mario und Luigi! Ja, klar! Tschiso! Weg mit den Mario Brothers! Die Super Mario Brothers! Was haben wir da oben? Komaball gefunden! Wilke, Wilke, Wilke! Labakote! Komm her, pflanze! Eine Enzianos! Tschüss! Knallhart! Okay! Perfekt! So, der kann man jetzt vielleicht den Rest! Vielleicht auch nicht ganz! Nicht ganz! Ist aber nicht wirklich schlimm! Kraftrank! So, machen wir den auch noch schnell platt! Schade, Überraschungsangriff von dem Gegner! Die sehen sehr, sehr gefährlich aus! Sind aber nicht allzu stark, wie ich finde! Können aber zweimal angreifen! Toll! Okay, Selan, du machst den da hinten platt! Ne, Selan, du machst den da hinten platt! Tschüss! Schade, doch nicht! Jetzt kannst du jeden küssen! Also, Dekka, der muss schon eine hammergeile Verteidigung haben, oder? Autsch! Yeah! Haua! Das macht die endlich platt! Die nerven mich! Leute! Ach, Selan! Ich dachte, das wären so Dunkelheitsmonster! Böse Monster, die man mit einem Lichtschwert schnell besiegen kann! Und wenn der Gai reinhaut! Gute Nacht! Gute Nacht! Oh, der arme Gai, ey! Unsere ZP mal wieder voll aufgetankt! Selan wurde aufgestuft! Tex wurde aufgestuft! Dekka wurde aufgestuft! Gai wohl aufgestuft! So, da haben wir nichts mehr! Kapsel! Federrüstung! Zauber! Stark! Perfekt! Und raus hier! Gehen wir mal da runter! Da hätten wir schon mal die Treppe! Ein Bernie! Ich habe gerade was versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt! Ist aber auch unwichtig! Wir sind die Mario Brothers! Ha, ha, ha! Was spricht da? Wario! Bist du Wario? Wario, nein! Ich bin Bau von Wario! Und wer ist der da neben dir? Das ist Mario! Wer? Mario! It's me! Mario! Mach Mario platt! Was ist das für ein Spinner? Ich kenne den gar nicht! Hey, Tex, ich auch nicht! Mach mich einfach platt! Boah, ey! Was waren das denn für Kreaturen? Ich habe keine Ahnung! Laborkittel, ey! Das ist ein... Wo sind wir denn hier? Laborkittel! Was war das hier nochmal? Ach, egal! Okay, Wilke! Wilke, bitte, 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 bitte! Terrorball kriegst du gerne! Das wäre ein Draht, egal! Haben wir kein Draht zueinander? Ne, haben wir nicht! Runter! Okay! Ich gehe mal runter! Eine Kiste? Hi, Syrap! Gefoundern! Messie nicht? Okay! Gehen wir mal nach oben! Wow! Der rennt auf mich zu! Ein Ninja! Wow! Ninja! Was wollt ihr von uns? Ninja-Griff! Aua, Hilfe! Messerwerfer! Und nochmal! Zack! Halbes Team platt! Also von den KP her! Zur Hälfte platt! Zum Glück nicht komplett platt! So, aber den einen machen wir jetzt auch noch schnell platt! Nein! Alle haben es überlebt! Halleluja! Boah! 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 Gemein! Die Ahnhöhle wird so richtig gemein! Und wir haben noch nie mal die Hälfte! Heilen! 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 Wilke! Nach so einem harten Kampf, was möchtest du haben? Ein Saft! Ja, würde ich mir auch, glaube ich, bestellen! Aber was ist das denn? Das ist ein Alien oder sowas? Oh Gott! Liebeswürger! Schnell, Tex! Wir müssen ihn plätten! Warum? Weil wir uns lieben! Okay, 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 okay! Machen wir ihn Platz! Das scheint aber einiges auszuhalten! Oh, lass mich das machen! Oh, geil, du warst schneller! Hui, Glück gehabt! Da unten wartet irgendwas blaues! Heiltrank gefunden! Lachen wir mal ganz kurz da durch! Eine Reitpeitsche! Ich denke nicht, dass sie uns irgendwie weiterbringen wird, aber wir können ja mal gucken! Ja, wo ist denn die Peitsche? Da! Okay, bringt rein gar nichts! Bringt rein gar nichts! Rein gar nichts! Geh mal runter! Du greifst zuerst an! Ja, die Chance nutzen wir! Los! Besiegen! Komm, greif an! Jetzt geil macht den Rest! Und dann haben wir jetzt nochmal zwei Schlangen vor uns! Dicker, los! Okay, 201 schon mal... Wow, okay! Leider hat's nicht gereicht, aber Guy macht natürlich den Rest! Perfekt! So, was gibt's hier noch? Okay! Ah, ein Porno-Keller! Gut, dann können wir runter! Runter! Auf, auf! Und davon! Muhaha! Ebene 45! Nein! So ein Disco-Power! Oh, dann gleich zwei! Okay, dann machen wir erstmal hier! Die fürchten eh keinen Donner! Komm mal, Trickring! Die anderen sollen reinhauen! Und 56! Nichts, natürlich! Jetzt Trickring! Passt auf! Jetzt, Dicker, zweimal angreifen! Wow! Die ziehen echt eine Menge ab! Vor allem, da sie mehrmals angreifen dürfen! Hey, haben die einen Schaden? Dreimal, oder was? Wenn ich jetzt richtig... Das sind so unfaire Monstern! Leute, ich habe einen Ahang! Macht sie platt! Dicker! Ja! Boah, der arme Guy! Ceylan, schnell! Bringt sie euch auch was? Ja! So sparen wir uns ein bisschen was! 14 Magie-Punkte haben uns dadurch gespart! rein rechnerisch gesehen! Was sind das für komische Gänge? Das macht mir jetzt irgendwie Angst! Oh, oh, oh! Was bist du denn? Zaubertrank gefunden! Okay, mal gucken, was Wilke möchte! Glasring! Komm her! Hallo! 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 Ah, jetzt! Kokatoris! Oh, falsch angegriffen! Egal! Oh, die haben was für eine hohe... Pikorgi! Pikorgi! Ach, keine Ahnung! Los, platten wir sie! Macht mal ein Hadouken! Jetzt! Dicker, komm! Jetzt den Ersten! Schade, egal! Ruft Verstärkung! Ruft Verstärkung! Ich glaub's nicht! Ich glaube es nicht! Fassen kann ich sowieso nicht! Dicker, kannst du in den zweiten Plätten? Ist da was drin? Ne, wahrscheinlich nicht! Ne, jetzt keine Verstärkung rufen, okay? Okay, Leute, wir müssen einen Cut machen! Erlaubt mir bitte ein bisschen zu spulen! Entschuldigung! Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge! Macht's gut, bis dann!